Wow, mein Gott, sind das wahnsinnig viele Bücher. Sie haben ja sogar Literatur über Suseki Natsume. Ist es etwa falsch, wenn ein Mathematiklehrer mehr über ihn wissen möchte? Na sag schon. Also, Ariyoshi, sollte ein Mathelehrer nun deiner Meinung nach solche Bücher lesen oder nicht? Du sagst zwar, dass du meine wahre Stimme hören willst, doch du kannst dich nicht mal von engstirnigen Klischees trennen. Ich, ähm, nein, nein, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich dachte nur, dass Sie sehr viel lesen, Herr Sakurai. Was bringt es denn schon, wenn man Bücher liest? Bücher sind im Leben nicht weiter von Bedeutung. Es ist egal, ob man viele Bücher gelesen hat oder nicht. Es ist im Grunde unwichtiger als jeder kleine Grashalm da draußen. Ach ja, ist das so? Ariyoshi? Ja? Hast du schon mal darüber nachgedacht, warum es in den Fabriken Fließbandarbeit gibt? Warum fragen Sie mich plötzlich so etwas? Sag warum! Ach, warum? Na ja, wahrscheinlich damit nicht eine Person ein Produkt oder eine Ware komplett von Anfang bis Ende fertigen muss. Und weil, wenn ihr so böse guckt, kann ich einfach nicht sprechen. Na ja, das macht man, damit nicht eine Person ein Produkt oder eine Ware komplett von Anfang bis Ende fertigen muss. Und weil es effizienter ist, wenn jeder dem Ganzen nur einen Teil zufügt. Oder? So haben wir es doch damals in der Schule gelernt, nicht wahr, Tokio? Was? Ach so, ja. Du bist wohl gut im Auswendiglernen, was? Warum ist es nötig, die Effizienz zu erhöhen? Wieso fragt er ausgerechnet mich das? Weil es gut ist, wenn man in einer kurzen Zeit viele gleiche Sachen herstellen kann. Und warum? Das bringt viel Geld ein. Und für den Käufer ist es auch einfacher, weil er nicht darauf warten muss und sie sofort haben kann. Gut, ich ändere mal die Fragestellung. Warum sperrt man die Hennen in viel zu enge Käfige ein und gibt ihnen allen immer das gleiche Futter? Was? Wie kommt er denn jetzt auf Hennen? Also, ist eine echt gute Frage. Ja, genau. Warum? Also gut, Leute, ich gehe mal kurz Eis kaufen, okay? Hey, halt, warte! In den Gemüseläden bieten sie nur gerade gewachsene Gurken oder Rettiche an. Gemüse, das alles die gleiche Größe hat. Warum? Weil so der Transport irgendwie einfacher ist. Die verpackten Lebensmittel aus dem Supermarkt, bei denen das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist, werden oft weggeworfen. Warum? So kann man die Sachen in den Läden einfacher managen. Die Eltern schimpfen mit dem Kind, dass es sich beeilen soll, obwohl es sich viel Mühe gibt und versucht, selber die Knöpfe zuzumachen. Am Ende machen sie es. Warum? Ich schätze mal, weil es so einfacher für die Eltern ist. Es werden große Mengen von zusätzlicher Hilfslektüre fürs Lernen verkauft, obwohl es gute, preiswerte Schulbücher gibt. Warum? Damit es einfacher ist, an die Lösung zu kommen. Auch wenn es in der Klasse Schüler gibt, die mit dem Unterrichtsinhalt nicht mitkommen, versuche ich trotzdem, den Unterricht planmäßig durchzuführen. Warum? Vielleicht, weil es für den Lehrer so einfacher ist. So gut wie alle Geschäfte behaupten, dass jeder Kunde anders ist und sie deshalb individuell auf jeden eingehen. Trotzdem verhalten sich die Angestellten strikt nach Vorschrift. Warum? Das ist für die Angestellten einfacher. So wissen sie genau, was sie tun müssen. Die Schüler versuchen nicht einmal selbst zu überlegen oder die Lösung zu finden und verlangen immer von den Lehrern alle Antworten. Warum? Naja, weil es so für die Schüler wahrscheinlich einfacher ist. Zwar könntet ihr euch tagtäglich treffen und direkt kommunizieren, aber ihr bevorzugt trotzdem das Mobiltelefon. Warum? So ist es viel einfacher, als wenn man zu jemandem hingehen muss. Überall in der Welt nehmen die Leute leichtfertig hin, was die Medien berichten. Sie vertrauen ihnen blind. Warum? So ist es für die Leute einfacher, als den Sachen selber nachzugehen. Die meisten Schulen bringen gleichaltrige Kinder zusammen und machen immer den gleichen Unterricht und das schon seit Jahrzehnten. Warum? So ist es einfacher für die Lehrer und für die Eltern. Du antwortest auf alle meine Fragen im Prinzip immer in der gleichen Art und Weise. Warum? So ist es für mich viel einfacher, auf alles zu antworten. So ist es für die Jahre alt! Oh! 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 Vielen Dank.